Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer Tour durch meine YouTube Aufnahme Equipments 2021. In diesem Video möchte ich die einzelnen Komponenten vorstellen, die ich zum Aufnehmen meiner Videos in diesem Jahr benutzen werde und benutze. Und ich würde mal sagen, los geht es. Fangen wir doch mal direkt mit den zwei Kameras an. Hier haben wir die zwei Zoom Q8, die ich in verschiedenen Winkeln benutzen werde. Und ja, zum Beispiel bei Schlagzeugaufnahmen eine links, eine rechts und ein Handy in der Mitte. Das könnte gut funktionieren und diese zwei Kameras werde ich in diesem Jahr sehr, sehr oft benutzen. Das könnt ihr mir glauben. Das nächste wäre mein neues Handy, was ich benutze. Das ist ein iPhone und ja, so sieht es also aus. Ich glaube, es ist ein 6er. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, das iPhone wird auch benutzt zum Videos aufnehmen. Und ja, ich freue mich schon auf das Aufnehmen mit dem Handy, denn ich denke, es wird sehr gut. Ja, das nächste, was ich euch vorstellen werde, ist hier dieses Universa-Stativ, das ich sehr häufig benutze. Ich habe dazu englischsprachige Videos gemacht. Ein paar von denen verlinke ich euch in der Videobeschreibung und hier auch in der Infokarte. Dann könnt ihr euch diese Videos anschauen. Auf jeden Fall benutze ich hier dieses Stativ sehr oft. Und ja, es ist sehr nützlich, sehr gut in der Funktion. Und deswegen wird es auch sehr oft benutzt. Dann habe ich hier diese vier SD-Karten, die ich benutze, beziehungsweise benutze ich nur drei davon. Denn die eine Karte hat nur zwei Gigabyte, das ist diese. Und das reicht nicht für aufwändige Videoproduktionen. Und deswegen wird die eher selten benutzt. Aber ich habe hier zwei 32 Gigabyte SD-Karten und eine 16 Gigabyte SD-Karte. Damit, denke ich, lässt sich das Ganze gut filmen. Dann habe ich hier dieses Stativ hier, welches sehr klein ist, aber sich sehr gut benutzen lässt. Und das benutze ich dann für verschiedene Aufnahmen, für verschiedene Recordings. Ja, also das wird auch gut benutzt werden wohl dieses Jahr. Ja, dann habe ich hier dieses ganz kleine Stativ, welches sich sehr gut eignet für sehr schmale Flächen. Denn wir sehen es hier, es ist sehr klein und somit lässt es sich gut aufbauen auf kleine Flächen. Also das benutze ich auch sehr häufig. Und dann haben wir hier ein Review-Stativ, welches ich auch sehr, sehr häufig benutze. Das war mein erstes Stativ und das Coole ist daran, diese Klammern, die hier an den Beinen, also ich kann die öffnen und kann dann das jeweilige Bein, wie ich es haben will, ausziehen. Hier unten auch, also dreiteiliges Bein, also dreiteiliges Stativbein. Sehr schön gemacht auch von der Qualität und ja, ich glaube, ich schaue da mal irgendwann ein Review raus. Und ja, so sieht es. Und zu guter Letzt habe ich hier meinen Scheinwerfer, den ich benutze für verschiedene Aufnahmen. Und davon habe ich auch ein paar Videos gemacht. Alle Videos sind unten in der Videobeschreibung drin und ein paar sind hier oben in der Infokarte, sodass ihr euch diese Videos angucken könnt. Und ja, das war also diese kleine Tour durch mein Equipment, das ich benutze dieses Jahr für das Aufnehmen der Videos und zum Produzieren. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und wenn es euch gefallen hat, dann kommentiert, abonniert, lasst einen Like da. Das war es dann für heute. Vielen Dank fürs Anschauen. Macht es gut. Ciao.